Do you speak English? Un poco. Haben wir das Espanol? Un poco. Die deutsche U21 wird Europameister, weil... Wir ein geiles Team sind. Wer ist dein Lieblingsmusiker? Helene Fischer. Glaube ich nicht. Instagram ist für mich... Spaß. Hast du einen Spitznamen? Nee. Wie nennst du deine Mutter? Mama. Dein lustigster Traum ever? Boah. Ich bin spontan keiner. Christian Streichs. Offener und ehrlicher Art. Hilft mir sehr weiter. Bester deutscher Nationalspiel aller Zeiten? Loda Matthäus. Wenn ich morgens aufwache, dann? Bin ich müde. Wann hast du zum letzten Mal geweint? Schon sehr lange her. Was war der Grund? Das ist auch eine gute Frage. Das ist schon zu lange her. Leben Fußballer in einer Blase? Ein Stück weit. Was kann Stefan Kunz besser als andere Trainer? Gute Stimmung in die Mannschaft bringen. Juga, vielen Dank. Gerne. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like oder ein Kommentar da. Und für das nächste Video klickt irgendwo hier. Oder soll wie ich mich ja, mir das Video klickt menschen. Dann ist ja w daring Moniker wieder. Ich hab mir das ¡Sieße! Ich bin ich mal drauf. Ich bin Pier który da... Ich bin... Vielen Dank.